Wir befinden uns ja in volatilen Zeiten im Moment und sehr viele Männer und Frauen sind auch recht orientierungslos im Hinblick auf die Richtung, in die sie gehen sollten. Auf der einen Seite will man ja schön modern und progressiv sein, auf der anderen sieht man aber eben auch, dass vieles von dem, was da so als normal präsentiert wird, schädlich und teilweise regelrecht pervers ist. Da ist ja die Single-Gesellschaft, also die Zersetzung von harmonischen Beziehungen und auch der Familie, nur ein Symptom von vielen. Was dann auch viele Leute zum Nachdenken bringt, ob der Hedonismus, also die Individualsucht, was man ja immer so schön als persönliche Freiheit verkauft, wirklich so gut ist. Und ich würde mal sagen, gerade Frauen schadet das eher. Ja, weil eben Frauen die sozialeren Wesen sind und viele doch instinktiv wissen, dass hedonistische Tendenzen ihren Beziehungswert für Top-Männer schmälern. Und wenn man da von Traditionen spricht, dann kriegt man natürlich auch regelmäßig Phrasen an den Kopf geworfen wie Du bist ja altmodisch, unmodern, Du willst ja nur alte Zeiten zurück, sowas eben. Und ja, da muss ich natürlich sagen, ja, vollständig, richtig, Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen und ich danke Dir für Dein Kompliment. Wenn ich mich nämlich so umsehe, dann sind das definitiv Komplimente und ja, ich bin so altmodisch, dass ich schon wieder revolutionär bin. Vielen Dank.